ok wir machen weiter nein jetzt habe ich neu gemacht egal scheiß drauf auch mal neu zwar ein teil screendable ja so habe ich das geschießt denke schon wofür ist die stoppuhr? ja einfach um meine geschwindigkeit zu sehen also an sich kann ich das auch ausblenden aber ich weiß ganz gerne wie lange ich für gewisse level brauche vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen zuschauer von naja da habe ich das drin aber an sich möchte ich die theoretisch jetzt sagt mir nicht dass es hier zugebaut ernsthaft ok flankblock und ich muss auf den schlangenblock warten ok dann warten wir auf den schlangenblock come on come on come on oh gott ey leute mit schlangenblöcken weil level mit schlangenblöcken sind meistens eine katastrophe ok jetzt bin ich ein bisschen ungeduldig oh no nein nein das kann doch nicht wahr sein oh mein gott ok 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 hochbacher man kann schlangenblöcke auch gut einsetzen und sinnvoll aber wenn die einfach nur dafür da sind damit man da zwei minuten drauf stehen bleibt dass sich minimal bewegt das ist halt nicht gut ansonsten kann man mit den schlangenblöcken schon was cooles machen aber so wie die einige nutzen ist das halt echt eine katastrophe perfekt und rein da ins ziel gut gemacht tot müssen halt nur gut eingesetzt werden ja und ich würde sagen wenn man selber die schlangenblöcke benutzt ja gut ja so spontane aussagen kann ich nicht sagen aber wenn halt überhaupt nichts passiert auf dem schlangenblock dann kann man eigentlich schon davon ausgehen dass das nicht gut gebaut ist ok nehmen wir das level eine minute eine minute eine minute 54 ok da bin ich mal gespannt was hier kommt feuerblume ok feuerblume ok ähm ok aber es sieht eigentlich ganz gut aus ja passt und ja passt und komm her komm her komm her zu mir seht noch was muss ich denn überhaupt besiegen aus als ob ich das nicht musste aber anscheinend doch gut 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 und natürlich trifft ich weiß nicht ob ich siegen muss aber wahrscheinlich schon 100 pro 100 muss sich nicht gesehen ja gut ziel ziel natürlich nicht aber wieder zwei wege will ich den drücken ja komm ich hoffe das passt ja okay ziel erreicht das ziel ohne den brunnen zu berühren muss ich schnell sein nicht unbedingt aber ich soll zu schnell sein okay warum ist das doch expert gewesen gut vielleicht wegen dem ersten sprung und der nächste japaner mit checkpoint ok und toleranz müsste ja dann eigentlich klappen eigentlich weil ich glaube es gibt eher cheese ja 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 ich glaube es gibt irgendwo cheese gerade wenn das level so offen gebaut ist ja hier zum beispiel ja jetzt direkt nach rechts können ok ja dann werden wir einmal sterben also es ist okay oder auch nicht das wundert mich jetzt dass ich das noch geschafft habe aber gut und jetzt 20 sekunden speedrun jetzt kommen hier die ganze zeit speedruns und ich habe nichts dagegen aber die sind meistens schnell und eigentlich auch immer gut gut machbar außer wenn toad in die die arme vom bum bum fällt das ding ist ich habe kurz überlegt ob ich mir leben farme bei den kugel will ich es aber dafür ist die zeit ja gar nicht da leider aber jetzt muss ich mich beeilen ok aber gut wir kriegen eh zwei leben waterway 7 5 castle 8 6 ja wasser level weiß nicht aber ist das kurz ok warum heißt das level waterway wenn anscheinend nur lava vorkommt aber ok ja ja ok das ist gemein äh okay 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 das hat mich ein bisschen überrascht wie soll das gehen willst du mich doch irgendwas anderes muss ich glaube ich so ein bisschen warten ja aber jetzt werde ich hier auch wieder getroffen ja okay einfach glück haben und dann passt das schon noch ein speedrun jetzt werde ich habe hier überhäuft und ja nach oben werfen das war falsch oh mein gott warum ich hasse das okay normalerweise level wo man nach oben werfen muss das kriegen die meisten leute nicht hin okay ich muss hier nicht nach oben werfen ja der mancher stirbt nicht lustigerweise warum auch vielleicht kann ich es noch schaffen aber ich glaube ich bin ein bisschen zu spät andererseits es gibt ein bisschen toleranz warum muss ich den partner aktivieren da oben sind auch gar nicht aktivieren okay das war sehr knapp ja das level war sehr sehr komisch so dann doch lieber ein speedrun das könnte einige leben abziehen aber schon jawohl so runter springen okay komm gib mir das ziel ich glaub das war so über diesen war der second join 60 level haben wir heute geschafft noch ein speedrun habe ich toleranz 20 sekunden nur okay das ist einiges an toleranz warum macht er da kein set hin oh mein gott ja perfekt ja einfach nur wegen dem platz gestorben alles klar ja komm ich mache noch ich mache noch mehr level oder machen mehr level ja